Servus und herzlich willkommen, liebe Trailrunning-Gemeinde. 17. Episode des Salty Trailrunning-Podcasts und es ist einfach wirklich abgefahren, dass wir schon 17 reguläre Episoden aufgenommen haben. Special-Episoden kommen noch am Top, aber ich habe die Tage auch mit Dominik drüber geredet und mega begeistert sind wir immer noch weiterhin von unserem Podcast. Wir selbst, ich hoffe ihr auch. Uns macht es einfach so viel Spaß und auch in der 17. Episode, die hat einfach wieder mega viel Spaß gemacht, war super inspirierend und zwar haben wir uns mit Timon Günther getroffen. Wir waren weder auf der Alm, noch waren wir bei Timon zu Hause. Wir haben uns in zwei Campingstühlen ganz easy, chillig und entspannt ans Ufer vom Tegernsee gehockt und haben mit Brotzeit in einer lauen Abendnacht wirklich gequatscht über, ja, wie Timon als Youngster eigentlich schon so eine Vita vorweist und wie er mit seinem Training umgeht, Vollzeitberuf, wie er alles unter den Hut bekommt, aber auch sehr, sehr spannend. Sein letztes Highlight und wirklich eigentlich fast schon einer der Karriere-Höhepunkte, der 15. Platz beim TDS im Rahmen der UTMB-Woche. Wir sind da wirklich ins Detail reingegangen, wie er auch mental während dem Rennen vorangekommen ist, wie er mit Rückschlägen umgeht und wir haben einfach alles wirklich ausführlich beleuchtet. Und ja, mega happy, dass Timon mit dabei war. Ich hoffe, euch gefällt die Episode. Wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und wenn ihr Input habt, Fragen habt, einfach melden. Auch Timon auf Instagram gerne folgen, das ist auch sehr inspirierend, auch was Trainingsmethoden angeht, könnt ihr immer gerne bei ihm vorbeischauen, auch Timon schreiben, er freut sich, hat er gesagt. Genau. Die Folge wird diesmal wieder gesponsert von La Sportiva und zwar mit dem La Sportiva Trailrunning-Schuh aus der Trailrunning-Serie der Prodigio, der, ja, wer La Sportiva kennt, weiß, dass die Marke, was Schuhe angeht, einfach wirklich im ganzen Outdoor-Bereich unterwegs ist und absolute innovative und hochklassige Produkte herstellt. Der Prodigio passt auch perfekt zu der Mountainrunning-DNA von La Sportiva. Erweitertes Portfolio ist für, ja, für Ultraläufe eigentlich gedacht, für die langen Strecken, aber durch das ganze innovative Wissen, was da quasi auch mit eingeflossen ist, auch im technischen Bereich, ist es einfach ein absoluter Hochleistungsschuh, der eigentlich von einem sehr, sehr breiten Spektrum oder einer sehr, sehr breiten Zielgruppe auch getragen werden kann. Selber auch schon angehabt. Mir passt er sehr, sehr gut. Super geschmeidig, super gemütlich, aber probiert den auch selber einfach mal aus. Da folgt es uns vielleicht auch am besten auf Instagram, weil wir haben ab und zu auch Test-Events mit La Sportiva. Genau. Und sind wir super happy, dass auch die Episode wieder supported wird. In diesem Sinne ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Episode und mit Timo und Günther und wie immer, schön sollt ihr bleiben. Servus! Servus und herzlich willkommen zur siebzehnten Episode des Salty Trailrunning Podcasts. Heute wieder was ganz Neues. Das letzte Mal hatten wir den höchsten und den spätesten Salty Podcast. Heute haben wir, glaube ich, den am meisten Outdoor-mäßigen Trailrunning Podcast. Warum, erzählen wir euch gleich. Erstmal zu unserem Gast, diesmal zu Gast, der Timon, Timon Günther. Timon, servus und schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Mega cool, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, falls ihr jetzt im Hintergrund schon Krähen hört oder also falls das nicht rausgefiltert wird. Wir haben nämlich einen spontanen Location-Wechsel heute gemacht. Und Timon und ich sitzen jetzt mal in einem ganz anderen Setup mit einer Powerstation. Zwei Campingstühlen und Brotzeit sitzen wir am Tegernsee. Ja, auf einer Wiese direkt am See. Und ja, probieren es jetzt heute mal so. Ich glaube, es funktioniert. Für mich auch neu und ungewohnt. Auch das Mikrofon mal zu halten. Normalerweise haben wir die immer in diesen Mikrofonständern drin. Aber ja, wir probieren es und ich glaube, es wird ganz cool. Wir haben schon gesagt, wir sind irgendwie so ein Ehepaar, was Picknick am See macht. Ja, ist mega lässig. Ist ganz cool mit dem Panorama. Ja, das stimmt. Und ja, gut, dass wir gutes Wetter haben, weil ansonsten wäre es schwierig. Genau. Timon, cool, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Auch extra hergefahren. Klar, gerne. Kein Ding. Wie geht es dir denn? Eigentlich ganz gut soweit. Könnte ein bisschen mehr Schlaf kriegen zurzeit, aber bin jetzt ganz gut erholt wieder. Vom TDS ist jetzt auch schon ein paar Wochen her und eigentlich voll im Training, voll am Arbeiten. Ja, passt alles. Wie viel schläfst du momentan, wenn du sagst, du könntest mehr Schlaf verbringen? Ich glaube, heute Nacht, ich habe gerade nachgeschaut, waren es fünfeinhalb Stunden. Das ist jetzt nicht so das Beste für die Regeneration. Ich schaue immer, dass ich auf sieben komme. Das schaffe ich meistens auch, wenn es dann an Wettkämpfe geht, dann schaue ich, dass ich spätestens um elf ins Bett gehe. Ich stehe immer so siebeneinhalb, acht auf, dass ich schon so siebeneinhalb, acht Stunden kriege. Aber ja, eigentlich sollten es konstant schon mindestens sieben sein. Das ist mein Anspruch. Was sagt dir dann deine Uhr momentan? Checkst du mit, wenn du schläfst? Ja, ich habe sie dran. Ich habe ja die von Chorus, die Vertix. Die trackt das schon mit, also zeigt mir auch immer meine HRV an, also die Herzfrequenz varianz quasi. Die war jetzt auch recht hoch eigentlich, was ein gutes Zeichen ist für die Erholung. Wenn es niedrig ist, dann sind die Herzschläge quasi immer gleich beieinander. Es ist dann ein Zeichen dafür, dass man nicht so erholt ist. Schaue ich schon ab und zu drauf. Eigentlich deckt es sich immer mit dem Körpergefühl. Das ist ganz nett. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, weil ich schaue da manchmal drauf, aber meistens stimmt es. Aber manchmal denke ich mir so irgendwie strange. Also irgendwie bin ich viel fitter, wie jetzt meine Uhr sagt. Oder manchmal andersrum. Aber meistens stimmt es schon überein. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, kommt auch immer drauf an. Ist halt Handgelenksmessung. Also ja, deswegen. Ich trainiere auch mit Pulsgurt, aber sonst hast du immer halt die Uhr nur dran. Also du hast schon gesagt, nach dem TDS, da steigen wir dann definitiv auch noch ein bisschen im Detail drauf ein, weil es glaube ich erstens ein sehr, sehr großer Erfolg für dich war. Ich sage jetzt auch mal, ich würde jetzt mal sogar so weit gehen, sehr, sehr großer Erfolg für, sage ich es mal, Ultralaufen und Trailrunning in Deutschland, finde ich. Also kann man denke ich schon so sagen, ja. Aber da gehen wir im Detail definitiv noch gleich drauf ein. Voll gerne, ja. Wenn du so sagst, du kommst wenig zum Schlaf, was sind da momentan so die Gründe, warum du wenig zum Schlaf kommst? Also viel Arbeit oder was? Du arbeitest, glaube ich, noch Vollzeit? Ja, genau. Ich bin Doktorand an der Uni Augsburg, da im Bereich der Wasserstoffforschung. Muss ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil das wird dann so ein bisschen arg fancy. Aber da haben wir gerade, also ich bin teils am Lehrstuhl angestellt für Lehre, teils bin ich in einem Industrieprojekt. Da fällt halt recht viel Arbeit an. Aber mir macht es halt auch ultra Spaß. Und dann sind es halt nicht 40 Stunden die Woche nach Vertrag, sondern halt deutlich mehr. Meistens komme ich so auf 45 bis 50. Und dann halt noch das Training oben drauf. Keine Ahnung, 10 bis 20 Stunden so im Peak. Roundabout. Ja, dann noch Schlaf. Du kannst dir ausrechnen, wenn ich dir noch übrig bleibe. Ich wollte gerade sagen, was passiert sonst noch so? Geht dann schon. Ja, ich versuche dann abends noch ein bisschen Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Das ist immer ganz cool, dann auch so ein bisschen zum Erholen. Wenn man jetzt nicht irgendwie am Laufband oder draußen Vollgas gibt oder halt auf Arbeit. Viel bleibt dann nicht mehr übrig. Am Wochenende bin ich meistens auch am Laufen. Aber da schaue ich da auch, dass ich ausschlafen kann. Genau. Finde ich jetzt schon mal super interessant. Und dann lass uns da gleich ein bisschen einsteigen. Weil ich glaube, es ist schon herausfordernd. Und ich glaube, das, was du gerade ansprichst, 40 Stunden, 45 Stunden plus 10 bis 20 Stunden Training plus Freundin plus was halt irgendwie sonst noch irgendwie auch andere Hobbys vielleicht. Nee. Aber worauf ich hinaus will ist, ich glaube, das ist echt was, was halt, da strugglen halt sehr, sehr viele. Das ist auch ein Thema, wo ich mit strugglen bin, bin ich ganz offen. Weil passiert auch sehr, sehr viel mit Family. Man versucht halt irgendwie alles unter den Hut zu bekommen. Klar, das ist schwierig. Das heißt, bei dir steht aber auch nicht, bei dir passiert dann auch nicht wirklich mehr außer, sag ich mal, Sport, Arbeit und ich sage jetzt mal, Family würde ich mal Freundinnen und Family mitnehmen. Ja, klar. Also das, ja, das ist halt der Invest, den man gerade macht. Ich bin jetzt halt 26, ist noch recht jung, bin auch schon mit dem Studium fertig, verdient schon ein bisschen Geld. Das butter ich gleich wieder in den Sport rein eigentlich. Natürlich, es geht schon, aber also durch das Salomon-Team kriege ich da auch echt viel Support. Aber ja, klar, die Zeit bleibt liegen. Also ich merke es halt früher im Studium, hast du halt viel mehr Zeit für deine Freunde. Jetzt komme ich halt abends heim, mache mir was zum Essen oder gehe gleich direkt ein, zwei Stunden trainieren und dann ist es halt schon um neun oder um zehn. Dann schaust du noch kurz fern und dann gehst du ins Bett. So schaut halt jeder Tag eigentlich aus, also das Wochenende. Dann hast du was Spezielles vor, ist dann immer ganz cool. Aber ja, das ist halt gerade der Alltag. Ich finde das super interessant, weil ich sehe dann auf deinen Instagram-Stories immer, du sitzt da immer, ich weiß, hast du einen Namen für dein Fahrrad und deinen teilen Raum? Das ist ein altes Rennrad von meinem Dad tatsächlich. Ich versuche da jetzt mit mir noch ein Laufband aufzurüsten und wir haben neulich ein bisschen ausgeräumt, weil es noch die alte Wohnung von meiner Oma ist. Ich habe keinen Namen dafür, aber ich liebe es einfach. Ja, das ist immer, weil ich sehe das dann auf Instagram und ich denke, keine Ahnung, manchmal 22 oder 22, 30 irgendwie so. Ja, wird schon spät immer. Hau! Da könntest du mich schon eingraben, weil ich einfach schon so müde bin um die Uhrzeit. Ne, bei mir geht es, aber morgens kriegst du mich nicht aus dem Bett. Also das ist halt, ich brauche dann auch auf Arbeit, wenn ich meistens um acht auf Arbeit, dann brauche ich auch immer eine Stunde, bis ich wach bin und zum Laufen kriegst du mich nicht aus, es ist Wettkampf oder ich muss an dem Tag nicht arbeiten. Dann geht es vielleicht, aber wenn ich die Wahl habe, dann trainiere ich nicht vor um vier. Ja, okay. Das heißt, du, also nüchternläufe und solche Geschichten fallen bei dir eher flach, sondern du trainierst eigentlich unter der Woche, sage ich jetzt mal zumindest, dann immer nach der Arbeit. Genau. Außer ich muss halt am Tag dann die, es steht im Plan drin und ich habe am Abend was vor, dann trainiere ich schon vorher, aber wenn es geht, eher später dann. Das heißt, du bist auch eher Abendmensch als Morgenmensch. Oder weil ich glaube, das spielt auch immer so ein bisschen mit ein. Also ich weiß zum Beispiel, bei mir, mich kannst du ab 21 Uhr, kannst du mich ja eigentlich vergessen. Ja, okay, ja, okay. Ne, doch, also ich weiß nicht, ich probiere mal um elf ins Bett zu gehen, meistens schlafe hier erst um zwölf oder um eins, dann je nachdem. Früher wäre besser. Man hängt dann doch immer noch am Handy und schaut sich ein paar Sachen an. Kann man auch reduzieren, die Screentime. Machst du das, wenn du im Bett liegst, dass du dann noch Handy in der Hand hast? Abends schon. Also jetzt lese ich wieder viel. Wir waren jetzt eine Woche auf Kreta. Da habe ich eigentlich echt viel gelesen. Das hat mir echt gut getan für den Kopf, weil du dich, ja, du willst dich halt schon viel zu. Also ich schaue dann, wenn ich auf dem Rad unten im Keller bin, auch viel zu YouTube-Videos. Da bilde ich mich so ein bisschen eigentlich. Das ist immer ganz cool. So ein Trailrunning. Was gibt es für Trainingsmethoden? Was machen die anderen Profis? Es gibt ja so viel Material auf YouTube, was man sich anschauen kann, weil der Sport jetzt halt auch ein bisschen so hyped, kann man ja sagen. Ich meine, ihr seid das beste Beispiel mit Salty. Geht halt gut was. Ja, und ja, probiere jetzt aber mehr zu lesen. Was schaust du dir da an? Hast du irgendwie hier, also hast du da irgendwelche... Alles. Aber nur Trailrunning, sag ich mal, trainingsspezifisch oder auch irgendwie, sag ich mal, aus anderen Sportarten? Wenn ich im Trailrunning nichts mehr finde, also Ultralaufen gibt es noch viel. Es gibt ja auch so Spartathlon-Zeug. Ist jetzt nicht so groß wie Trailrunning, aber man fokust schon Ultratrails, weil es einfach mein Sport ist. Aber ja, ich schaue mir auch so Ironman und so Zeug an. Also geht es auch um Trainingsmethoden. Wie trainiert der Blumenfeld mit der höchsten VO2 Max der Welt? Und so Zeug ist halt dann immer in aller Munde. Dann schaust du dir sowas an. Ah, kann ich das auf mein Training übertragen? Rede ich da mit meiner Trainerin nochmal drüber? Oder mache sie selber Gedanken Richtung Ernährung, Verpflegung im Wettkampf? Auch, aber es ist ja nicht nur Wettkampf, sondern der Alltag ist halt auch viel. Also was mir zum Beispiel fehlt, ist halt einfach die Regeneration. Da muss ich jetzt ein Augenmerk drauf legen. Aber ja, die nächsten ein, zwei Jahre wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, so viel dran zu drehen. Außer halt vielleicht Arbeitszeit zu reduzieren. Da bin ich halt auch ein bisschen dran. Ja, okay. Ja, aber super interessant, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele auch, vor allem zu den Norwegern im Triathlon halt oft irgendwie schauen, was die so machen. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es gibt doch, die hauen ja auch regelmäßig ihre YouTube-Videos raus, was sie irgendwie wo machen. Und sie sind, glaube ich, oft in den Pyrenäen auf diesem Trainingscamp, wo sie dann immer sind. Ja. Und dann hatten sie auch mal, hatten sie auch mal gefilmt irgendwie, ja, was die halt dann so zum Frühstück hatten und so, was sie im Zimmer so gegessen. Das war halt gefühlt nur Crap. Ja, ja, war's auch. Die haben dann so, das sind dann so eine Hotelanlage all inclusive und dann hauen die sich halt alles rein, was geht. Ist ja aber auch so. Also Triathleten verbrennen ja nochmal viel mehr einen Kumpel von mir. Lukas Stahl, der ist jetzt seit dieser Saison Profi. Und der trainiert halt auch einfach das Dreifache wie ich. Der geht morgens um sechs schwimmen, drei Stunden aufs Rad, abends nochmal 15 Kilometer laufen. So schaut nicht jeder Tag aus. Aber die trainieren halt vier, fünf Stunden. Dann hast du halt einen Kalorienumsatz von drei, vier, fünf Tausend. Dann musst du halt auch einfach alles essen, was geht. Kohlenhydratlastig, versteht sich. Dass du halt nichts ansetzt. Also wie nerdig bist du da unterwegs, was die Thematik, sag ich mal, Training, Ernährung oder auch die ganzen Werte und so. Also wie nerdig bist du da unterwegs, dass du dir das irgendwie selber reinziehst? Eigentlich geht es mir weniger. So Daten schaue ich mir nicht an. Also mich interessiert schon, okay, wie ist jetzt die Belastung an sich? Aber ich schaue auch echt, dass ich auf mein Körpergefühl höre. Weil das Wichtigste ist immer, dass man halt motiviert ist. Also Motivation ist halt zum Beispiel der Schlüssel, weil ich möchte es, ich bin gerade so ein bisschen im Leistungsaufbau, würde ich jetzt mal sagen. Passt schon so, aber da geht halt noch einiges. Und wenn die Motivation fehlt und du dir jeden Tag die Einheit reinhaust, dann hast du die Motivation in drei Jahren nicht mehr. Dann ist das halt nicht nachhaltig. Vielleicht rennst du da noch in eine Verletzung rein oder so. Deswegen schaue ich ungern auf Daten. Also ich habe auch mal, es war noch ein paar Jahre her, bevor ich so im Trailrunning war, habe ich auch mal, weil ich so ganz viel Straßen lasse. Aufgemacht habe, brauchst du auf Bestzeit, dann schraubst du jede Minute runter. Das tat mir mental auch gar nicht gut. Dann habe ich mal so für mich beschlossen, ah, jetzt legst du mal die Uhr weg zum Laufen. Dann habe ich wirklich mal ein paar Monate einfach ohne Uhr, bin ich laufen gegangen, nach Gefühl. Und seitdem bin ich immer so, ja, Daten sind wichtig. Kann ich jetzt tausend Meter die Stunde aufsteigen in so einem Ultratrail oder so? Wäre schon gut, wenn man halt die Leistung dann hält über den Lauf jetzt. Hat jetzt im August auch ganz gut geklappt. Aber eigentlich schaue ich da ein bisschen mehr auf mein Körpergefühl, weil du brauchst die mentale Stärke für solche langen Dinge halt auch. Und jeden Tag halt wieder. Ja, ja. So die Herausforderung. Das heißt, du versuchst so ein bisschen die Balance auch zwischen Daten und Körpergefühl einfach vielleicht manchmal auch zur Bestätigung so ein bisschen. Okay, mein Körpergefühl, ich liege nicht ganz so falsch mit meinem Körpergefühl, sondern das ist schon richtig, was ich quasi merke. Ja, also zum Beispiel Strava ist dann ein ganz gutes Beispiel. Da lade ich auch alles hoch, was ich habe. Das ist ganz cool, wenn man Statistiken hat. Wie viel bin ich das Jahr schon gelaufen? Wie viele Höhenmeter habe ich gemacht? Aber zum Beispiel das, was ich auf dem Laufband abreiße, das taucht bei Strava gar nicht auf, was es an Höhenmetern sind. Und das ist dann halt, denkst du dir so, ja, eigentlich habe ich mehr gemacht, aber man tendiert halt auch, sich dazu mit anderen zu vergleichen, die vielleicht ein anderes Leistungslevel haben. Heißt nicht, nur wenn du viel läufst, dass du besser bist. Das stimmt halt gar nicht. Ich finde, das wäre Strava so interessant. Also ich habe Strava, aber ich nutze es eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Und wenn du in diesen Strava klubst irgendwie, da gibt es immer Bestenliste pro Woche. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und es wird einfach nur anhand von Kilometern pro Woche irgendwie ist, diese Bestenliste. Ja, es gibt auch Leute, oh, mir wurde die Krone geklaut. Mir ist es so scheißegal, ob ich eine Krone habe in irgendeinem Segment. Also ich muss sagen, ich freue mich schon drüber, wenn ich da die Bestzeit laufe. Das ist schon ganz nice so. Aber ich schaue dann vielleicht primär, okay, bin ich da schon mal gelaufen? Wie war meine Zeit vor zwei Jahren? Das ist eher das, was mich interessiert. Vergleichst du es mit dir selber dann wieder in deinen Performance-Kurs? Genau, weil es bringt ja nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Du möchtest ja besser werden. Klar, im Wettkampf ist es dann anders, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, ja, voll. Also ich sehe das ganz genauso. Und gleichzeitig finde ich es so faszinierend, wie viele sich dann doch immer wieder mit den anderen vergleichen. Klar, und das macht man ja auch, das mache ich ja auch. Das macht ja jeder. Und das regt mich dann schon wieder auf, dass ich mich jetzt mit einer anderen Person vergleiche, weil ich bin ja nicht der oder sie. Ja, und man weiß ja nicht, was irgendwie bei dem anderen gerade ist. Da hat der ja gerade Urlaub und hat mehr Regeneration wie einer selber jetzt zum Beispiel. Das ist es, ja. Deswegen ganz interessant, ja. Aber das heißt, du bei 10 bis 20 Stunden pro Woche ist natürlich wahrscheinlich im Training auch alles Mögliche mit dabei, oder? Also du läufst, du hast Stabi, Dehnen, Mobilisierung. Genau. Viel Radfahren im Keller. Genau. Ja, man muss sagen, ich wohne noch in Augsburg, da habe ich wenige Höhenmeter. Also ich bin einmal die Woche bei meinem Projektpartner in Garmisch, da kann ich immer noch einen Trailrun einlegen. Und im Sommer halt am Wochenende, das ist echt ganz cool. Und zweimal reicht auch die Woche eigentlich am Berg zu gehen. Ja, was war deine Frage? Sorry. Nee, nur, dass im Trainingsplan quasi einfach alles gut ausgedrückt ist. Aber du schreibst denen selber den Trainingsplan? Nee, ich bin bei Two Peaks, bei der Kim. Genau, das ist halt auch top, wenn da jemand drauf schaut, der den Plan macht, da musst du nicht mehr nachdenken. Ist jetzt bei vielen Profis so. Ja, ich habe alles drin. Ich habe einmal die Woche meistens so, jetzt hatte ich eigentlich nur Berghintervalle, jetzt sind es sogar zweimal Berghintervalle die Woche. Die werden dann halt auch immer länger, je nachdem, welche Distanz das ist. Taugende Intervalle? Oh, kommt drauf an. Eigentlich hasse ich es. Also eigentlich mag ich es gar nicht. Gestern war ich auch so, okay, zwei Stunden Laufbahn, viermal 20 Minuten. Oh, das wird eine harte Einheit. Aber es ging dann voll. Wenn du einmal drin bist und dein Körper nimmt das so an, du kannst es ja auch da ein bisschen, also du hast eine vorgegebene Pulszone, Zone 3, war dann mit mir 157 bis 165 Schläge so, keine Ahnung. Dann haust du es halt weg. Vielleicht noch gut verpflegen, zwei Stunden ohne irgendwas, ohne Carbs, ist halt schwierig. Ja, das ist halt so das. Dann habe ich noch ein, zwei Long Runs, das ist immer das Schönste. Also Long Run am Trail, jetzt im Wochenende war ich in Garmisch unterwegs. Und ein bisschen schaue ich noch, dass ich Kraft stabil mache. Also Liegestütz, ein bisschen dehnen. Ich habe auch ein bisschen Verletzungsvorgeschichte mit dem Knie. Das kam noch so ein bisschen vom Straßenlauf. Da bin ich halt, ich habe auch richtig unverschämte Dinge gemacht. Dann bin ich mal anderthalb Jahre so im Carbon-Schuh gelaufen. Der hatte dann, der war schon komplett durch. Siehst du, die Sohle, den habe ich noch im Keller. Und hatte dann halt Iliotibialband-Syndrom, also Läuferknie, kennt man das, Außenband-Syndrom. Durch die Überlastung halt, wenn du halt im Carbon-Schuh läufst, irgendwie 3000 Kilometer oder so, ist halt nicht das Beste, was du machen kannst. Und seitdem habe ich dann mir ein bisschen die Rolle geholt, beziehungsweise war erst im Fitti. Jetzt, als ich nach Augsburg gezogen bin, habe ich mir die Rolle geholt und mache jetzt halt auch viel auf dem Rad. Also so zwei, drei, ja zwei Einheiten die Woche sind es gerade sowas. Grundlage hauptsächlich auf dem Fahrrad dann oder auch in der Walle? Genau, im Winter in der Walle. Das ist so ein bisschen V2-Max-School von Two Peaks. Im Sommer waren es das eigentlich nur Grundlage, eigentlich Regeneration, um da halt so ein bisschen die Belastung von den Sehnen und Bändern zu nehmen halt. Weil Stunde Laufen oder Stunde Radfahren, beim Radfahren kann man meistens noch ein bisschen mehr in der Grundlage trainieren. Also da ist bei mir der Puls noch ein bisschen niedriger und die Belastung halt auch gleich. Also es ist ein bisschen mehr Regeneration und Grundlage einfach, genau. Wie, bist du immer motiviert auf Training oder 50-50? Nein, nein, das ist wenig. Nee, also ich habe schon immer Bock eigentlich, weil ich habe halt auch einen Job, da musst du halt viel denken. Deswegen bin ich froh, okay, schaust den Plan, ziehst dich an und machst den Kopf aus dem Körper an. Und dann ist der Kopf auch wieder leer nach dem Laufen. Also das tut mir immer richtig gut. Kostet sich Überwindung, dass du quasi, also nicht jedes Mal, aber... Ja, doch schon immer. Also mal mehr oder weniger. Kommt auch ein bisschen auf den Tag an, weil der Tag ist stressig. Was hast du noch vor? Wie wird jetzt die Einheit? Und wie machst du, also an was denkst du dann, wenn du jetzt wirklich keinen Bock hast? Was sagst du, okay, steht im Plan, mache ich? Oder ist es irgendwie so, denkst du dann, okay, ich weiß, wie ich mich danach fühle oder mein großes Ziel ist und denkst, also... Nee, du machst immer die Einheit. Punkt. Gehört halt dazu. Du musst halt durchziehen. Das ist das Problem. Also wenn ich zeitlich ein bisschen Planung habe, dann schiebe ich mir vielleicht eine Einheit oder Tauschquass, mache ich jetzt, habe ich versucht, viel seltener zu machen, weil der Plan halt auch einfach so ausgelegt ist, dass du Belastung, Entlastung hast. Also hast du Intervalle, dann hast du wieder ein bisschen eine Stunde locker, dann hast du einen Uhrtag, dann hast du zwei Long Runs oder so hintereinander mal. Also es baut dann schon auf und wenn du die Struktur halt brichst, ist es nicht gut, aber man muss halt durchziehen, sonst wirst du nicht besser. Auch wenn ich tausche zum Beispiel, dann tausche ich eine harte mit einer schwachen Einheit, dann kann ich die harte Einheit nicht so machen, wie ich will und die lockere Einheit fühlt sich für mich dann zu locker an und ich übertreibe es, ist auch nicht gut. Ja, ja. Ziehst du die Einheiten dann auch immer so durch, wie sie drinstehen oder wenn du jetzt irgendwie einen richtig stressigen, beschissenen Tag in der Arbeit hattest und sagst du, boah, geht gar nicht? Ja, das ist eigentlich nie eine Ausrede. Also wenn ich die Einheit mache, dann ziehe ich es schon durch, was dann halt so ein bisschen schwierig wird, wenn ich am Trail dann unterwegs bin. Deswegen ist halt Laufbahn auch eigentlich, mag ich da ganz gern, weil du dein Training einfach so gut einstellen kannst. 15 Minuten stellst du irgendwie 15, 20, 18 Prozent, ich glaube höher geht gar nicht, 15, 18 Prozent ein, hast du einen Run-Hike-Intervalle, dann läufst du das 15 Minuten. Wenn du am Trail bist, dann hast du unterschiedliche Steigungen, der Puls ist auch nicht immer auf einem Level, dann wird es mal kurz flach, irgendwie einen Kilometer. Also ich finde das dann irgendwie im Indoor kann ich mein Training halt besser steuern. Also ich glaube, es ist zielführender als jetzt auf dem Trail, obwohl es auf dem Trail schöner ist, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja gut, du machst ja auch nicht nur das eine, sondern das ist ja auch eine Mischung. Genau, das ist auch das A und O. Das heißt, du hast jetzt gar keinen Tipp im Sinne von, du denkst dann das und dann machst du das Training, sondern du hast halt einfach das langfristige Ziel, du willst besser werden und das ist einfach ein Baustein, der dazu gehört und wenn der halt nicht erfüllt wird, dann wird es doch schwieriger besser zu werden. Ist so, genau. Also man kann mal eine Einheit ausfallen lassen, aber ich glaube, in dem Jahr habe ich es dreimal gemacht oder so, dass ich es nicht gemacht habe oder halt kurzfristig doch irgendwie geswitcht habe. Also dreimal habe ich es, glaube ich, ausfallen lassen. Schon öfter getauscht, ja. Das heißt, du hast ein richtig grünes Training Peaks. Ja, passt schon. Sehr geil. Es ist hier immer wieder klingelt, es sind die Fahrradfahrer, die an uns vorbeifahren. Die Tegernsee umrunder. Genau, Tegernsee umrunder. War doch auch mal nicht irgendwann vor zwei Wochen oder so der Tegernsee? Ja, ist gar nicht lang her. Stimmt, der war erst. Der geht doch einmal, glaube ich, rum, Sport Schuster, Tegernsee, mal irgendwie sowas, gell? Ja, stimmt. Ist der schon mitgelaufen? Kumpel von mir war da. Nee, der Johann Obermeller, ein Kumpel von mir, der wohnt hier am Tegernsee. Nee. Okay. Straßenläufe mache ich nicht mehr. Da habe ich genug gemacht. Es ist witzig. Ich habe im Moment mit der Achilleszene Probleme und die Jessie, Physiotherapeutin, hat auch gesagt, ja, nur keine Straße laufen. Da denkst du dir so, ja, sehr gut. Das ist auch das, was man hören will. Das finde ich immer ganz gut. Ja, ja, ja. Ich habe das auch gemerkt. Wirklich? Ich bin flachgelaufen. Dann habe ich sofort wieder gemerkt, sobald ich am Berg beim, sag ich mal, Hiken war, war es irgendwie geschmeidig und entspannt. Ja, genau. Also, mir ist auch, ich war mal mit einem Kumpel im Chiemgau unterwegs, da ist uns mal jemand entgegengekommen. Die kam mit einem Fahrrad, einen Berg hoch, hat dann ihr Fahrrad quergestellt und gesagt, ihr dürft hier nicht so schnell laufen, das geht euch auf die Knie. Das war krass. Die hat uns wirklich so angebrüllt, so von wegen, nein, 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 das könnt ihr auf keinen Fall machen. Wir sind dann halt weiter, waren ein bisschen perplex, war ich schon so ein bisschen. Also, Straßenlauf ist schon, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst, so richtig heftig ballern. Laufbahn ist schon besser. Auch zum Beispiel immer nur ein Schuhmodell laufen. Habe es ja gerade erzählt. Ist auch cool am Trail. Okay, heute ziehe ich mal die Genesis an. Gut, ich rede jetzt nur von Salomon Schuhe. Dann mal den Pulsar oder so. Das ist halt auch eine unterschiedliche Belastung für deine Füße. Also, das ist es halt auch. Und das Terrain, was du läufst, halt auch. Also, wenn du jetzt hier am Tilgansi den Schotterweg läufst, hast du bessere Dämpfung als auf der Straße. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Oder halt um Gras oder um Waldbohlen. Ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass zu viel Schuhwechseln auch immer nicht so geil ist. Also, wir haben ja auch immer von verschiedensten Marken die Schuhe und ich versuche jetzt schon wieder so ein bisschen. Also, auf drei Modelle zu kommen, die alles abdecken und mit denen ich dann alles laufen kann. Das ist sehr ratsam. Ja, ja. Also, Laufschuh-Tester zu sein, das glaube ich auch nicht. Aber ja, also. Heißt jetzt auch nicht, jeden Tag einen anderen Schuh anziehen. Ja, genau. Ja, ja. Aber so mal in der Woche mit zwei verschiedenen Paar Schuhen. Ja, voll. Das glaube ich ganz gut. Ja, ja, voll. Timon, du bist jetzt, du hast gesagt, du bist 26, gell? Genau. Wann hast du angefangen mit dem Laufen? Also, mit Straßenlauf? Mit dem Abi, glaube ich. Das war ein paar Tage vor meiner Mathe-Abi-Prüfung. War ganz lustig. Da bin ich einen Halbmarathon gelaufen in Dresden. Also, ich komme aus Dresden. Bin eigentlich Neusi. Also, ich kann auch Sächsisch reden. Nee, Spaß. Ja, ich könnte noch mehr Bayerisch reden. Ja, nee, das machen wir nicht. Das tun wir den Hörern nicht an. Ja, das wäre fies. Nee, aber ich bin eigentlich Dresdner. Und da bin ich den Oberelbe-Marathon, Halbmarathon mal gelaufen. 1,35 dann. Aus dem Stand, oder? Ja, also, ich bin schon ein paar Monate vorher gelaufen. Also, nicht so aus dem Stand, nee. Bin jetzt kein Lauftalent, würde ich sagen. Halt einfach nur viel Arbeit. Das heißt, es war 2019, hast du gesagt. Nee, das war 2016, habe ich ja wie gesagt. Dann ging es so ein bisschen los. Dann habe ich in Bayreuth, habe ich dann Material- und Werkstoffwissenschaften angefangen zu studieren. Dann bin ich in Fürth dann mal meinen ersten Marathon gelaufen. Ich glaube, der war sogar unter drei Stunden. Genau. Knapp unter drei Stunden irgendwas. Und dann habe ich halt dann drei, vier Jahre lang Straßentäufe gemacht. Also, Freiburg, Berlin-Marathon bin ich mal gelaufen. Köln, Frankfurt auch schon dreimal. Halt, ja, ich glaube, Bestzeit war 2,50, sowas. Ist schon flott, aber jetzt auch nicht exorbitant schnell. Ja, aber trotzdem. Ja, passt schon. Muss man auch erstmal schaffen. Klar, klar. War auch viel Training, muss man auch sagen. Ich war dann im Leichtathletikverein in Bayreuth. Ja, aber halt im Straßenlauf. Da wusste ich gar nicht, was Trailrunning ist. Wie wirst du dann zum Trail gekommen? Das war dann, also wir haben dann mit meinen Eltern, die waren immer sehr Südtirol-affin, haben wir dann mal, den kennst du ja auch ganz gut, eine Plakette vom Dani Jung gesehen, auf der Hirzerhütte, halt als wir mal da eine Dolomitenhöhneweg gemacht haben. Und haben gedacht, hä, das war dann der Südtirol-Ultra-Skyrace. Das war dann noch 2018 mein erstes Rennen. Irgendwie 18 Stunden 30 oder so war damals ein Streckenrekord. Hing so eine Plakette an der Hütte. Von Dani, oder was? Vom Dani Jung, genau. 121 Kilometer, 7800 Höhnenmeter. Habe ich mir gedacht, hä? Geht doch gar nicht. Wie macht man das? Weil wir waren dann, also 20 Kilometer am Tag, keine 1000 Höhnenmeter, war das schon eine harte Etappe. Und dann denkst du dir, hä, wie geht das? Dann habe ich mich da ein bisschen belesen, habe ja schon studiert, noch recht jung. Und habe ich mir gedacht, komm, sowas machst du jetzt auch mal. Weil bist ja ein bisschen bergaffin. Und dann war halt mein erster Trail, war dann halt genau das Rennen. War es auch schon lang, aber ich wusste gar nicht, was ich mache. Weil ich hatte einfach nur Bock auf diese Challenge halt. Und war auch recht gut trainiert, so Grundlagen aus, da hat gepasst. Aber halt keine Erfahrung im Trail. Was ist da so hängen geblieben, wo du sagst, boah, das würdest du jetzt definitiv komplett anders machen wie damals? Alles. Alles. Naja, also, naja, gutes Training, das muss man sich erarbeiten. Also die Erfahrung, die du machst, was ist das beste System für mich? Wo trainiere ich am liebsten? Da tickt auch jeder anders. Da gibt es nicht diesen einen Weg. Ernährung war halt auch sowas. Also ich habe halt viel an den VPs immer genommen. Kaum mit Gs gearbeitet, viel Riegel. Kam aber gut durch. Aber jetzt retrospektiv einfach viel zu wenig. Also auch jetzt, das habe ich in dem Jahr erst gut hinbekommen, dass ich halt wirklich auch viel im Wettkampf esse. Das macht so viel aus, dass du halt in keinen Energielöcher läufst. Da hilft ein Saumagen, ja. Voll, habe ich auch. Das ist echt gut. Ja. Ja, das hilft echt. Oder du weißt halt, was du nehmen musst. Also am besten mixe. Also ich mixe auch gerne so ein bisschen durch. Einfach um, gab da schon so ein paar Dinger dieses Jahr, wo halt nicht das Richtige drin war in den Gels oder so. Also irgendwie mixe ich da auch immer ein bisschen in den Wettkämpfen, dass ich halt, ja, einfach da das Risiko minimiere. Was ist während einem Wettkampf so irgendwie so, wo du sagst, das ist so Soulfood, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht, oder lässt du das komplett außen vor, sondern sagst, okay, das ist das, was das Optimale ist, um mich zu fuelen. Oder gibt es auch, wo du sagst, oh nee, das wäre schon geil, wenn deine VP jetzt wieder auf mich wartet und vielleicht habe ich ja jetzt Bock auf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, so war es jetzt auch. Also beim TDS habe ich meiner Freundin dann in, wo war das? Lecontamin, glaube ich, geschrieben. Ja, ich hätte jetzt Bock auf, was war denn das? Orangata war das, glaube ich. Orangina heißt es in Frankreich, genau. Eine Orangina, zwei kalte, und die habe ich dann runtergeextet. Da hatte ich richtig Bock drauf. Ja, geil. Habe ich ihr auch dann mit dem Handy kurz geschrieben. Und dann freust du dich halt auf was. Hast du 20 Kilometer, das zählt, ich trinke jetzt gleich eine Orangina, voll gut. War auch heiß, genau, ja. Ja, mega. Ja, aber nochmal zurückkommen, weil TDS gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja. Du bist dann quasi durch Dani Jung, hier an der Stelle, hast du dann bei dem Rennen teilgenommen und dann warst du angefixt, oder? Naja, das war 2018 dann. Dann, ja, Straßenläufer habe ich weitergemacht. Also in Bayreuth gibt es jetzt auch nicht so viele Trails. Bisschen hügelig ist schon. Habe dann auch so ein paar, so ein bisschen am Berg halt, so ein bisschen wellig trainiert, aber noch nicht so wirklich. Und da war das Trailerunning noch ein bisschen kleiner. Ist jetzt deutlich größer. Also zum Beispiel in UTFS gab es da noch gar nicht. Sonst hätte ich das vielleicht früher angefangen. Und dann bin ich halt, habe ich mir halt gedacht, okay, was gibt es da noch? Dann fängst du an mit diesen YouTube-Videos. So war es bei mir dann halt so abends irgendwie, ja, ich habe dann abends viel gelernt. Der Fleiß kam bei mir erst im Studium. Ja, hat gepasst. Und dann habe ich mir nebenbei halt so ein bisschen YouTube-Videos angeschaut. Dann schaust du halt so, UTMB ist halt immer so das, was am meisten da kam in der Zeit. Und dann kam ich so ein bisschen, ja, Südtirol, ja, Lavaredo. Dann war 2019 halt im Juni das große Ziel, Lavaredo zu laufen. Trainierst du dann halt auch darauf hin, ja, wie es halt jeder macht so ein bisschen. Aber ich hatte keinen Trainer, gar nichts. Ich wusste nicht wirklich, was ich mache. Außer, dass ich halt viel trainieren muss. Und dann habe ich meine Familie eingepackt. Dann sind wir da hingefahren im Juni. 2019 war das. Und dann kam, glaube ich, erst mal Corona. Und dann musste ich mich so ein bisschen entscheiden, okay, bleibe ich jetzt beim Straßenlauf oder beim Trailrunning. Dann habe ich so ein paar Trailrunning-Wettkampf gemacht. Und dann gab es irgendwann halt auch vom Trail-Magazin halt dieses Rookie-Team. Das hat mir bei einem Kumpel, war ich recht frisch auf Instagram, einen Instagram-Beitrag geschickt. Und dann, ja, kannst du mal probieren. Und seitdem ging es halt steil dann. Ja, dann war auch deutlich mehr Fokus dann auf Trailrunning. Ja, klar, weil ich habe dann Ausrüstung bekommen. Dann gab es auch so die Rennen, wo man laufen musste, wurde supported, ein bisschen mit Startgebühr. Ja, dann fährst du halt ab und zu mal. Zugspitze habe ich dann einmal im Jahr irgendwie, bin ich dann mal hoch in einem Rutsch, so Zeug. Dann steigerst du dich da halt rein. Und es bockt halt. Ich finde das, das kriegst du wahrscheinlich auch oft zu hören oder, was heißt nicht zu hören, aber das ist ja auch immer ein Thema auch in anderen Interviews, die du auch schon gegeben hast. Wenn du bist 26 und was auf deiner Vita quasi steht, dann Rennen, wie du schon gelaufen bist. Aber das auch dann, sag ich mal, mit dem Straßenlauf davor noch. Ich meine so Berlin-Marathon, Köln-Marathon, Frankfurt-Marathon. Der ist alles vorgeplänkelt quasi. Ja, genau. Trotzdem ja irgendwie, also ich sage mal, dafür, dass du 26 bist, hast du ja schon echt, wirklich große Rennen auch gelaufen oder bist schon sehr, sehr große Rennen gelaufen, ja. Und das finde ich schon, das finde ich super interessant, weil ich meine, du bist, du hast gesagt, Lavaredo hast du 2019 schon gefinished. Das war quasi ein Jahr, nachdem du auf Trailrunning aufmerksam geworden bist. Ja. Du hast den UTMB auch schon gefinished. Genau, vor zwei Jahren war das. Genau, mit 24 dann quasi. Genau. Und dieses Jahr, grandioser 15. beim TDS. Ähm, ich, ja, ich glaube, das kommt nicht oft vor, dass jemand in den jungen Jahren schon so eine, jetzt kommt der Zug, schauen wir mal, ähm, schon so eine Vita vorweisen kann, ja. Wie siehst du das? Ja, kann gut sein. Weiß nicht, ich mache halt einfach das, worauf ich Bock habe. So, das ist das, jetzt wird es halt einfach ein bisschen professioneller, ähm, weil man halt viel mehr auf Leistung geht, aber ich habe mir immer nur das gemacht, worauf ich halt Lust hatte. Und man muss auch denken, immer, also ich habe es auch früh oft gehört, ah, fang so früh mit den ganz langen Distanzen an, warum läufst du jetzt schon mit 18? Ein Marathon ist doch schon viel zu früh. Ich habe da immer nicht so hingehört mit Absicht, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn du da Bock drauf hast, dann mach es doch. Ähm, und ich denke, das hat mir nicht geschadet, ein bisschen auf mein Herz zu hören. Klar, aber dann muss man schauen, irgendwie, man muss auch ein bisschen schnell trainieren, in der Jugend, in der Jugend kann man halt auch die Spritzigkeit zum Beispiel, ähm, muss man nicht die langen Dinger machen, ähm, aber, ja, also sonst, ich kann auch einfach nicht einen 30-Kilometer-Trail oder Halbmarathon tut mir mehr weh, als ein 100-Kilometer-Lauf mittlerweile, weil du halt auch dein, also mein Körpergefühl war halt nicht so auf diesen kurzen, mittleren Distanzen und auch vom Kopf musst du da Bock drauf haben. Das ist halt das, was bei mir einfach anders war und klar, die Vita ist auch cool, jetzt im Trailrunning-Bereich, ich habe jetzt schon ein paar gute Rennen gemacht oder größere Rennen, die man kennt, aber einfach nur, weil es mich fasziniert hat und dann muss man auch ein bisschen weghören, was, was dann andere sagen, weil, ja, ist mir eigentlich, ja, ist jetzt blöd zu sagen, aber für dich muss es dir egal sein, weil du musst das machen, worauf du Bock hast und was dich auch erfüllt. Ja, und ich glaube auch, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt, glaube ich, also klar, es gibt immer eine Theorie, was irgendwie optimal wäre, aber das, die trifft nicht immer zu 100% auf jede Person zu, ja, also, klar, also ich glaube, du bist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass, wie du sagst, wenn viele Leute gesagt haben, ja, warte mal noch mit Marathon oder so viele Ultras zu dem oder 100 Meiler zu dem Zeitpunkt in deinem Alter schon, klar, aber bis jetzt funktioniert es ja ganz gut oder, genau, also, oder hattest du schon irgendwelche, sag ich mal, verletzungsbedingten, wirklich großen Rückschläge? Äh, naja, das Außenband hatte ich mal und vor zwei Jahren hatte ich nochmal kurz Meniskus, aber das war dann auch nach drei Monaten wieder weg, das war nur so ein kleiner, aber das war halt auch einfach durch unstrukturiertes Training, dann trainierst du in diesen frühen Monaten super viel, weißt nicht wie, ja, da arbeite ich jetzt gerade an, dass es halt einfach nachhaltig wird, also ich merke gerade, das kostet halt so viel Kraft und so viel Zeit auch und ich möchte das halt noch zehn Jahre machen, am besten auf einem hohen Level und dann musst du halt auf deine Regeneration achten, auf deinen Körper hören, nicht zu viele Wettkämpfe laufen vielleicht, ja, so ein bisschen auf die Profis hören, also ich höre jetzt viel auf meine Trainerin zum Beispiel, da ist meine Familie, glaube ich, ganz stolz drauf, weil ich so unvernünftige Sachen immer gemacht habe, also halt die, war jetzt nicht unvernünftig, diese lange Rennen, aber halt nicht so wirklich mit viel Plan, das muss man auch sagen und den probiere ich jetzt gerade so ein bisschen aufzubauen. Den auch wirklich langfristig dann aufzubauen. Genau, steigende Formkurve, bisschen internationaler Rennen, habe ich jetzt auch dieses Jahr ein bisschen ausprobiert, mich halt zu testen, weil sonst, wenn du nationale Rennen halt gewinnst, wirst du nicht besser, ist halt so, wenn du da in die internationale Spitze willst, was ich jetzt im Moment noch anstrebe, kann in zwei, drei Jahren anders ausschauen, weil ich merke, da geht halt was und an ein paar Schrauben kann ich noch drehen, dann ist das so das Ziel, halt nachhaltig zu sein, gesund zu bleiben, ist halt auch wichtig und motiviert zu bleiben. Ich denke, das kommt zusammen. Wie, wenn du sagst gesund bleiben, ich meine, ich glaube, das ist, oder was machst du, um gesund zu bleiben? Also achtest du, achtest du ganz stark auf die Ernährung, achtest du, gut, Schlaf, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, auch so mentale Gesundheit ist auch eine Gesundheit, finde ich. Ich hatte auch so ein bisschen den Hintergrund, muss man jetzt auch sagen, ich hatte, war im Jugendalter schon ein bisschen fettleibig, also hatte Adipositas, habe dann durchs Laufen halt viel abgenommen, dann bin ich so ein bisschen in so eine Magersucht reingeschlittert, was halt dann auch, ja, ist halt auch wieder eine Krankheit, was genau das Gegenteil davon ist, hatte dann so ein bisschen auch Ernährungsschwierigkeiten, manchmal fällt es mir immer noch nicht so leicht, aber das Laufen hilft halt enorm. Ja, also so Sachen sieht man halt nicht, du siehst halt immer nur, okay, wie geht es dem körperlich, sowas siehst du halt, ob der eine Verletzung hat oder was nach außen geht, aber so mentale Sachen, über sowas redet man halt nicht so wirklich und da schaue ich jetzt einfach, dass, also da kannst du halt auch viel dran arbeiten, so ein Ultratrail, also wenn man jetzt mal vom Wettkampf ausgeht, der ist halt zur Hälfte eigentlich auch fast mental und das Körperliche, du kannst auch mental, über den Kopf kannst du so viel auch am Körper steuern, genau, und das ist halt so mit mentale Gesundheit ich mir gerade recht wichtig, dass man auch so sich erholen kann, sich nicht überreizt, das musst du dann halt auf dem Level auch lang können und zwei Jahre kann man Vollgas geben, also richtig am Anschlag, aber das hältst du nicht zehn Jahre durch, da läufst du dann in eine Depression oder was weiß ich, keine Ahnung, aber du merkst ja in dir selber auch ein bisschen, dass es schief gehen kann und das möchte ich vermeiden, ja und die körperliche Gesundheit ist dann auch gut Erholung, gut Ernährung, aber da habe ich jetzt keinen festen Plan, also das mache ich so ein bisschen, worauf ich Bock habe, auch was dir halt gut tut, genau, merkst du ja auch, also frage dich dann mal, ist das jetzt gut, was ich mache, ja okay, dann mach das oder gönn dir das jetzt mal oder so, genau. Das mit dem Mentalen finde ich echt ganz spannend, weil da hast du vollkommen recht, es wird halt einfach oft immer, das sieht man halt den Menschen einfach im ersten Moment auch nicht an und man kann eben nicht reinschauen, wenn sich jetzt jemand den Fuß gebrochen hat, dann sieht man es, und ich glaube auch, dass mental ganz, ganz, ganz viel gesteuert werden kann, ja also auch, ob man glücklich ist oder nicht, steuert der im Endeffekt auch der Kopf. Klar. Wie, also meditierst du oder hast du da irgendwelche Techniken oder? Nee, also Training macht mir halt Spaß, also Training würde ich, also mein Training würde ich jetzt schon fast ein bisschen als Meditation sehen, weil ich meinen Kopf halt ausschalten kann und ich habe mich zum Beispiel, du entscheidest dich auch jeden Tag für den Sport, also du denkst ja auch, das Aufstellen fährt jetzt so schwer, ich würde jetzt lieber auf der Couch chillen, fernschauen, was essen, dann stehst du auf, denkst du, oh, das ist jetzt schon eine harte Überwindung, aber du entscheidest dich ja jeden Tag dafür und allein dieser Prozess ist halt so, man überwindet seinen inneren Schweinehund und tut sich selber dann auch was Gutes, indem man sich so ein bisschen selbst zerstört, das ist jetzt blöd zu sagen, aber Training kann halt hart sein, ich genieße es auch, wenn ich mal so einen lockeren Ride habe irgendwie im Keller, so ein bisschen Film schauen, eine Stunde voll entspannt, das ist dann auch Erholung für mich, aber jetzt zum Beispiel gestern im Laufband, zwei Stunden in sich und zu Walle um die Ohren zu hauen, ich bin da lachend vom Laufband runter, habe mir gedacht, jetzt hast du schon wieder es geschafft, also das ist halt schon auch cool und das ist halt dann auch wieder das, was du für den Kopf tust. Ja, voll, weil dann fühlst du, wie du schon sagst, du entwickelst dich dadurch auch weiter, genau, du wächst da irgendwie auch dran, und es ist wahrscheinlich zerstören, aber es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich zerstört man sich langfristig mehr, wenn man auf der Couch bleibt und Chips isst. Genau, ist halt so, Aber das finde ich super interessant, weil ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viele Leute und es geht ja jedem selber auch immer so, dass man genau mit diesen Themen eigentlich echt schon immer irgendwie struggelt, ich glaube, das ist schon immer eine große Herausforderung und deswegen ist echt auch mega, was du sagst, man entscheidet sich ja immer aktiv für irgendwas und ich glaube, dass das vor allem ja, weiß nicht, ob es ein gesellschaftliches Thema ist, aber vor allem, dass es ganz, ganz, ganz viele Leute gibt, die einfach, Opferrolle klingt immer so hart, finde ich, aber die halt irgendwie einfach, ja, die sich vielleicht, die es vielleicht auch gar nicht schaffen, warum auch immer, sich aktiv für das zu entscheiden, was sie glücklich macht, vielleicht wissen sie auch noch gar nicht, was sie irgendwie glücklich macht. Ja, das ist oft so, also, keine Ahnung, ist jetzt blöd zu sagen, aber so Selbstmitleid bringt dich halt nicht weiter, also entweder du machst es oder du bist fein damit, dass du es nicht machst, aber du musst halt dann am Ende des Abends immer sagen, okay, passt voll für mich, so wie es gerade ist, also entweder du kannst es ändern, das ist deine Entscheidung oder nicht, aber, also, das ist für mich auch so eine Motivation im Sport, es bringt mir ein wenig, irgendwie so einen extrinsischen Anreiz zu haben, keine Ahnung, irgendeine Prämie oder so, es kann nett sein, für ein Rennen so eine Prämie zu bekommen, aber deswegen laufe ich das nicht, das laufe ich halt für mich, weil ich weiß, ich habe eine steigende Formkurve, will mich beweisen, dann kann, kann auch schief gehen mit dem DNF oder verletzt dich im Worst Case, aber es ist halt, so läuft es halt, es ist halt Leistungssport. Ja, ja und dann, ich meine, auch wenn es schief geht, sag mal, dann gibt es ja auch wieder was, wo du dran lernen kannst, also, klar, du machst ja auch so viele Fehler, also im Wettkampf kannst du auch viele Fehler machen, also ich habe, jetzt dann, keine Ahnung, jetzt rede ich schon wieder vom TDS, aber jetzt, ja, da gehen wir eh noch rein, ja, alles gut, aber dann vergisst du halt mal, in einer Stunde, dir drei Gels oder zwei Gels reinzudrücken, läufst in so ein Energieloch, aber es hat dann auch deine Entscheidung, in dem Moment, wo der Weckerklingel nicht ist, das Gels zu nehmen, zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Wettkampf reden, und so, jeden Tag trifft man auch so viele Entscheidungen im Alltag, das ist auch dann, du machst so viele Fehler, aber du kannst auch so viel wieder richtig machen, indem du es, und man macht Fehler, das ist ganz normal. Ja, und ich glaube, das gehört auch dazu, also, weil ansonsten, du bist ja Mensch, Lass uns jetzt mal auf den TDS gehen, jetzt kommen wir dazu. da nehmen wir uns jetzt auch richtig Zeit dafür, weil das finde ich, also ich meine, ich glaube, sehr, sehr viele Leute, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe es live verfolgt, ja, cool, am Laptop in Italien, am Campingplatz, und das war einfach, es ist halt, gut, muss man auch sagen, Live-Coverage ist da halt schon echt auch ziemlich gut, also man kann schon echt alles ziemlich gut nachverfolgen einfach. Aber so Live-Streams gab es glaube ich nicht so. Nee, Live-Streams nicht, aber auch generell Live-Coverage im Sinne von, man kann halt, UTMB Live und sowas. Genau, also die Plattform ist halt, kann man echt einfach auch sagen, ist schon echt gut, wo man die Läufer verfolgen kann, wo man einfach alles echt gut mitkriegt und so, also das ist schon, und also ich bin da auch so, da hocke ich halt auch einfach von der Ergebnisseite und antwortet hier alle zwei Sekunden. Ich glaube, das macht es mittlerweile von selber auch. Kann auch sein, ja, aber wie, die Hochrechnungen zumindest. Erzähl doch mal, erzähl vielleicht noch mal für alle, die zuhören, TDS, erzähl mal, was ist der TDS? Also TDS ist der Traste Décte Savoie, also der Weg der Savoieer Fürsten, da heißt es glaube ich übersetzt, das ist eigentlich, geht es dann, der UTMB geht ja von Charmonie über Courmayeur nach Charmonie wieder rum und wir sind am Montag der UTMB-Woche, abends um elf war es glaube ich, in Courmayeur gestartet und sind dann auf einem 145 Kilometer Loop durch die Savoieer Alpen, also das ist quasi der Westpart vom UTMB, also die Richtung, wo man von Charmonie nach Courmayeur läuft, sind wir halt andersrum gelaufen, mit 9300 Tönmetern dann in Charmonie gelandet am Ende wieder, was super schöne Strecke war, Start in der Nacht, ist glaube ich aber auch so oder gilt so ein bisschen als die Anspruch oder der anspruchsvollste Track und das anspruchsvollste Rennen in der UTMB-Woche, oder so ein bisschen. Gut neben PTL. Ja PTL, also frag mal den Tom Wagner, was er mit dem Flo Grasel erlebt hat, die Bilder, die sahen schon noch heftiger aus, das kommt noch. Aber dann ist eigentlich noch TDS so das anspruchsvollste Rennen, sagt man mal. Auch deutlich technischer wie der UTMB selbst glaube ich, oder? Fand ich auch, also ich bin ja UTMB jetzt auch gelaufen vor zwei Jahren, da war ich jetzt noch nicht so gut drauf, muss ich sagen, aber er ist halt auch höher, also technisch, ich fand es schon technischer als der UTMB, ist halt doch, UTMB ist ein bisschen laufbarer, dafür halt länger, also ist halt die Frage, was du dann, was du als härter empfindest, ich glaube die Leistungsdichte beim UTMB ist halt auch einfach deutlich höher, als es jetzt bei uns war, aber die Profis der Welt stehen halt dann trotzdem überall am Start und ja, er ist halt auch recht hoch, also ich glaube, wir waren halt auch, ich weiß nicht genau, aber ein Großteil oder ein guter Teil der Strecke war halt auch über 2000 Höhenmeter, also du merkst die Höhe auch, du hast gemerkt, voll, ich war ein paar Wochen vorher in den Dolomiten, das war ganz gut, auch aus dem Grund, weil ich so ein bisschen Höhenluft schnuppern wollte, wie geht es mir da und so, es ist halt auch so ein bisschen Vorbereitung dann, aber ja, im Wettkampf hat es mich so gar nicht tangiert irgendwie, das ist so, der Fokus war anders, ein bisschen merkt man es schon, wenn man dann 2,6 irgendwie aufsteigt in der Nacht, aber, okay, das heißt, wir haben 145 Kilometer und Höhenmeter waren, 9300, 9300 mit Start Montagabend 23 Uhr, sowas, genau, bereitest du dich da, oder, nee, gar nicht bereitest du dich da, wie ist dann, wie ist für dich so ein Start, ich meine, du bist jetzt schon viele Ultras gelaufen, auch viele, die dann abends oder nachts starten, ja, ähm, das heißt du, oder wie ist deine Renntaktik von Anfang an gewesen, wie, wie gehst du mit so einem Start, zu so einer Uhrzeit um, das war jetzt mein dritter Nachtstart dieses Jahr, so Innsbruck und Zut waren auch ähnliche Zeiten, äh, taugt mir voll, also ein Nachtstart taugt mir voll, bin ich so der Morgenmensch, hatte ich ja schon gesagt, deswegen laufe ich lieber in die Nacht ein und am Morgen bin ich dann eingelaufen, ist blöd zu sagen, aber bei so einem, nach 50 Kilometern bist du dann halt erst warm, wenn du so, auch vom Kopf her, dann weißt du, jetzt kommt noch der Rest zu ungefähr und, äh, weiß ich nicht, du musst halt am Tag vorher gut schlafen, also das ist halt so das, gut essen, probieren dich nochmal hinzulegen, ist halt recht wichtig, einfach Ruhe haben, wenig, wenig Schritte machen und dann ein bisschen, ja, langsam starten, also das, also ich hatte einen Paceplan, da sollte ich nicht über 150 Schläge kommen, was bei mir dann so fast schon Zone 3 wäre, also eigentlich nur alles, Zone 1, Zone 2 war geplant, nicht höher, auch am Anfang, da übertreiben es halt alle. Hast du es geschafft? Ja, hab es geschafft, ein paar Mal nicht so, ein paar Mal war ich drüber, dann hatte ich mir einen Wecker gesetzt für die ersten, äh, drei Stunden, den hab ich dann irgendwann ausgemacht, äh, dann kommst du eh nicht mehr so, so hoch oder, teilweise nicht mehr so hoch, manchmal schon, ähm, aber hat gut geklappt und alle heizen halt weg und wenn du Selbstbewusstsein hast, also ich muss mich auch immer selber überwinden, langsam zu machen, aber es wird halt auch ein ewig langer Tag, das weiß auch ja jeder eigentlich, aber jeder ist halt super motiviert. Und es war, glaube ich, eh dann tagsüber relativ heiß. War sehr warm, ja. Ähm, du hattest aber auch, also du hattest auch Support mit dabei, oder? Also an bestimmten VPs kriegst du quasi Support von Family Friends. Genau, meine Freundin war dabei, der wollte ich mal so ein bisschen zeigen, wie das, die OTMB-Woche ist, ich glaube, mir hat es uns ganz gut gefallen und mein Onkel war dabei, also so eine Zwei-Mann-Crew ist eigentlich perfekt, äh, einer ist Fahrer, der andere macht so ein bisschen Navigation, hab ich so auch schon ein paar Mal selber gecrewt, äh, bin ich auch ultra dankbar dafür, dass, dass es so gut geklappt hat, also es ist auch eine mentale Stütze einfach, wenn du weißt, okay, meine Freundin steht jetzt in 40 Kilometern da und wartet auf mich, dann haust du dir nochmal den Downhill um die Ohren, so, ist halt wirklich so, so blöd es ist, aber es ist halt auch so ein mentaler Kniff, ähm, das war schon Gold wert, also ich glaube, es gab drei Punkte, nach 50, nach 90 und dann noch nahe, in Lecontamin nach 120 und dann waren sie ab und zu nochmal an der Strecke, aber da darfst du ja nicht assistieren, aber es ist halt auch schön, wenn du die da siehst, also ich glaube, fünf, sechs, sieben Mal waren sie an der Strecke. Hattest du während dem Rennen immer einen Blick, wo du dich befindest im Feld? Ne, also ich wusste es bis, in der Nacht wusste ich so, okay, Top 50 bin ich gerade, ich wusste es nicht so wirklich, dann wird es ein paar Mal zugerufen auch und dann nach 90 Kilometern, das war dann die große VP, irgendwo vor, da wurde es dann halt richtig heiß, da wusste ich, ich habe ein paar Leute überholt noch, da habe ich mich davor auch richtig schlecht gefühlt nochmal, halt wegen diesem Energieloch, da habe ich ein bisschen schlecht verpflegt, weil es auch Hitze ist, also je heißer es ist, desto weniger vergisst das Essen, also bei mir ist es so, desto mehr trinkst du halt auch, aber wenn du viel Wasser trinkst, dann füllst du deine Zellen halt nur mit Wasser und nicht mit Salz zum Beispiel oder halt auch nicht mit Carbs, weil du eh schon so viel zu dir nimmst ist da nicht so Bock drauf, ja, muss man dann auch ein bisschen lernen, ging dann, aber habe mich ein bisschen gepuffert. Das heißt, bei dem Energieloch, also du hast ja, vorhin hast du gesagt, du hattest dir einen Wecker gestellt? Ja, ich hatte so einen halbstündlichen Nutrition-Wecker. Und den hast du gehört? Oder wie war das, also wie war das, als du dieses... Manchmal nimmst du den gar nicht wahr. Also das ist halt auch, ich war 22 Stunden unterwegs, dann klingelt der 44 Mal. Hätte ich fast noch mal ein bisschen auf 20 Minuten stellen können oder so, einfach nur um die Entscheidung zu treffen, ja, jetzt nehme ich was, ja, nee, jetzt nehme ich nichts, weil ich gerade was genommen habe. Aber manchmal hörst du den gar nicht. Ja, ja, voll. Aber bei dem TDS-Beispiel jetzt zu bleiben, war es dir bewusst, dass du in dieses Energieloch gehst, weil du jetzt nichts genommen hast? Oder war es wirklich ein Versehen, sage ich mal? Weißt du, was ich meine? Ah, schwierig zu sagen. Dir ist es halt eigentlich voll bewusst, dass du jetzt eine Stunde lang nichts gegessen hast. Das ist dir immer bewusst und du merkst auch eigentlich, oh, ich sollte was nehmen, aber bei mir war es so, nee, jetzt nehme ich nichts. Das war die Entscheidung, nein, ich nehme jetzt nichts. Weißt du noch, wieso du dich so entschiedst? Weil du in dem Moment den kompletten Fokus auf deinen schmerzenden Beinen und auf den langen Apfel hast. Ist halt blöd, aber du hast dann, die Prio Essen ist dann halt auf drei und nicht auf eins. Ja. Das heißt, du isst eigentlich nur, wenn du mal kurz dir denkst, ah, was mache ich jetzt? Ah ja, jetzt könnte ich was essen. Ja, aber das heißt, du hattest auch, also wie, sag ich mal, man sagt ja immer, man geht irgendwie so relativ deep und relativ tief, wie tief bist du an manchen Positionen vom TDS gegangen? Ja, ich weiß nicht, es gab schon so zwei, drei Stellen, wo du schon tief reingehst. Also, eigentlich lief das Rennen bei mir echt gut, halt auch durch die Verpflegung, es war recht heiß und ich habe dann auch recht kontinuierlich ein paar Leute eingeholt. Irgendwann kannte ich meine Position dann auch nicht. Aber, ja, klar, du gehst da immer super tief, also gerade mental. Der Körper, der macht das dann schon mit, aber du musst im Kopf halt motiviert bleiben und dann hast du halt mal einen Anstieg, wo dich zwei Leute überholen, das tut dir halt mental auch nicht so gut vielleicht, dann fühlst du dich noch schlecht, bist total im Arsch, weil jetzt noch ein langer Downhill kommt und deine Korts eh schon durch sind und dann, das sind halt genau so Momente, die man dann in dem Moment hasst, aber auch lieben lernen kann, wenn man so tief gräbt, kann man so sagen auf Deutsch. Hast du dich schon lieben gelernt? Ja, schon. Teils, teils. Manchmal hasst man sich dafür, dass man sich in so eine Situation begibt. Ja, ist halt so. Du weißt es ja, vor dem Rennen weißt du ja, genau so was wird kommen. Vielleicht zwei, dreimal. Vier, fünfmal oder zehnmal kann auch passieren. Na gut, sollte nicht, aber kann passieren. Aber du weißt es ja eigentlich genau und da muss man dann halt sich vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten machen. Manche Leute machen das so mit ein paar Mantras, die sich vor sich her sagen. Ich bin da eigentlich auf dem Weg, dass ich probiere, meinen Kopf komplett leer zu machen und so ein bisschen mich auf meine Füße zu konzentrieren oder ein bisschen durch die Landschaft zu schauen oder an andere Leute zu denken oder so. Das hat mir geholfen. Ja, ich, 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 das ist auch so interessant, weil, ja, wie du schon sagst, man weiß vorher, man kommt, man wird dahin kommen. Klar, klar weißt du das. Und ich glaube, also zumindest ist es bei mir so, das ist auch, ein Teil in mir hat auch Bock auf diese langen Distanzen, weil ich weiß, ich komme da dahin. Also bei dem 20 Kilometer Lauf komme ich halt an diesen Ort halt nicht hin. Ja, da läufst du ja zum Beispiel im Laktat. Genau, aber da komme ich auch total gar nicht, da komme ich gar nicht in so einen Ort hin. Da hatte ich keine Möglichkeit dazu. Und deswegen ist für mich auch der Reiz, ich habe es doch je schon mal irgendwann gesagt, der Reiz bei so langen Sachen da auch hinzukommen. Was ich super, ich meine, es ist super spannend. Und ich finde, das ist zum Beispiel, finde ich dann was, was auch, was einen im ganzen Leben bereichert, was einen auch bereichert, weil man da Sachen erlebt, wo man sich weiterentwickelt, was man auch an andere Kinder oder keine Ahnung, wieder weitergeben kann. Total. Ja, du bist ja auch ein bisschen Vorbild dann. Genau, und das, also ich finde das super interessant, einfach diese, diese Momente auch zu kreieren. Ja, auch wenn du dann bei deiner Freundin an der VP vorbeikommst oder wenn du dann ins Ziel kommst und sie auch da sind. Ja, 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 ja. Geht es dir dann aber zum Beispiel in so einem Ultra so, dass es so mental für dich die Herausforderung ist oder ist es das Körperliche? Also zum Beispiel, wenn du 100 Kilometer läufst, ist das ja schon mal ein Riesending. Egal wer du bist, woher du kommst, ob du Profi bist oder komplett Amateur, auch wenn du es wanderst, geht es dir da so, ja, ich habe das jetzt vom Körper her geschafft, der macht das mit oder denkst du dir eher, ich brauche diese mentale Challenge? Also du kannst ja auch ein Ultra laufen ohne mentale Schwierigkeiten. Bist du dann genauso stolz, wie wenn du die nicht gehabt hättest oder? Boah, das ist eine gute Frage. Boah, das ist echt eine gute Frage. Bei mir war es meistens so, dass, und ich bin auch noch nie 100 Kilometer gelaufen, das weiteste waren 97. Naja, komm, wir haben einen Ultrasport, da runden wir. Ja, ja, Würde ich jetzt schon mal das 100 erzählen. Da würde ich nicht auf. Naja, Nee, auf jeden Fall, bis jetzt war es dann immer so, dass, also mental habe ich, also ich komme an diese Orte, aber, weil ich halt auch, ich habe da auch Bock drauf, an diese Orte zu kommen, aber die war nie der Punkt, warum ich dann irgendwann aussteigen musste, weil aussteigen musste ich meistens dann aus körperlichen Gründen. Okay, aber das ist ja dann zum Beispiel ein Zeichen für mentale Stärke. Genau, also da bin ich relativ, sag ich mal, da bin ich relativ, würde ich jetzt mal behaupten, da bin ich relativ safe. Meistens lag es an zu schlechter körperlicher, oder physischer Vorbereitung auf die Rennen da, aber psychisch bin ich da irgendwie, meistens ist das Problem, dass ich psychisch dann so stark bin, dass ich weit über dieses körperliche hinausgehe und es dann irgendwann ungesund wird. Okay, ja, das ist dann auch nicht so gut. Genau, da habe ich noch ein bisschen eine Lernkurve, die nach oben gehen sollte. Weil ich bin zum Beispiel so ein bisschen der Meinung auch, dass zum Beispiel der Körper recht schnell regeneriert, also gut, ich bin noch recht jung, da regeneriert ein Körper ja eh viel schneller, als jetzt zum Beispiel bei Hannes oder bei dir, ja gut, zum Beispiel, aber bei älteren Profis, aber ich glaube, ich bin der Meinung, dass der Körper das auch öfter im Jahr machen könnte, als man es dann am Ende macht, also ich könnte auch drei oder vier hundert Mal da im Jahr laufen, ich glaube, der Körper wird es mitmachen, aber der Kopf glaube ich nicht. Ich glaube, dass es irgendwann wahrscheinlich eine Mischung ist aus, da weiß ich immer nicht, was steuert dann so ein bisschen was, weißt du, wie ich meine, vielleicht könnte man es schon wieder, also mir ging es damals zumindest dann so, ich hatte auch Muskelkater technisch und so, wäre das deutlich früher alles wieder gegangen, aber ich habe so eine generelle Müdigkeit einfach gespürt, wo die dann ausgegangen ist, sag ich mal. Die kommt ja von überall. Genau, die kommt von überall, aber was dann so der Initiator für diese Müdigkeit war, ob das dann, mental zählt ja wahrscheinlich auch viel dazu, wenn du mental, dann sag ich mal, bist du ja auch müde. Genau, genau und da habe ich aber nie immer richtig rausfinden können, wo die jetzt wirklich herkommt, aber wahrscheinlich, nachdem die Muskelschmerzen und so dann immer schneller wieder weg waren, hast du wahrscheinlich eher eine mental gesteuerte Müdigkeit. Ja, das kommt halt dann auch dazu, also du bist ja generell müde, durch Schlafentzug vielleicht, dein Körper ist müde, dann hast du weniger Energie und wenn dann dein Kopf halt nicht da ist, wird es halt richtig schwierig. Also den Körper, den kriegst du noch, wenn du Krämpfe hast, dann nimmst du Magnesium und Salz, wenn du ein Energieloch hast, taust du dir zwei Gels rein, wenn es nicht mehr geht, dann mit Koffein, äh, äckst eine Cola, haust halt rein, was geht, irgendwie geht das schon mit dem Körper, wenn du genug zu dir nimmst, aber der Kopf macht halt nicht mit. Und da war ich zum Beispiel beim TDS froh, dass ich halt jetzt, vorhin schon, was wir gegessen haben, gesagt, dass ich halt im Juli keinen Wettkampf hatte nach dem Zutt. Also ich bin dann so einen kleinen Trail gelaufen, äh, noch, ähm, in Adelshofen. Das war ganz cool, ähm, aber ich hatte halt nicht so ein Ultra und wenn du mit dem Kopf voll da bist, also du musst halt richtig Bock haben, dich jetzt heute mal so richtig zu quälen, wenn du, wenn das nicht ist, der Fall ist, dann schaffst du auch keinen 100 plus Lauf. Würdest du dann gar nicht an den Start gehen, wenn du im Vorfeld, wahrscheinlich schon, oder? Oh, ich hab's schon gemacht, doch, doch, also, aber dann läufst du halt nicht die Performance, die du erreichen kannst, ne? Ja. Um auf den TDS zurückzukommen, als du dann irgendwann festgestellt hast, so, oh fuck, ich werd dieses Ding erstens finishen und zweitens, ich werd's wahrscheinlich in einer relativ guten Position irgendwie finishen. Ja. Wie war das? Ja, ist schon cool, also, Le Contamin wusste ich meine Position gar nicht, also, meine Freundin war dann in der, in der, in der VP drin, mein Onkel war außen, die hat nur gemeint, also, die hat nur gemeint, ja, wird's sehr gut und da hab ich mir gedacht, okay, ich wollt Top 30 laufen, das hab ich ihr gesagt, so, werd ich schon irgendwie drin sein, hat sie gemeint, ja, ist ne Top Position, okay, wird schon passen, ich glaub, damals war ich in 22 oder so, ich hab's nochmal nachgeschaut, hab noch ein paar Leute eingeholt, zum Glück, ähm, und dann denkst du dir halt, ja, komm, jetzt, jetzt hast du noch 25 Kilometer, das war noch ewig lang, also, das ist dann auch noch vier Stunden, das zieht sich schon noch, da läufst du in die Nacht rein, in die Zeit, äh, da wird's schon ein bisschen dunkel, aber da denkst du dir dann halt so, komm, jetzt haust nochmal alles raus, was geht, weil so ein 25 Kilometer ist weit, aber du hast ja schon 120 und da hab ich mir dann gedacht, jetzt, jetzt mal all out, schau mal, was geht, ähm, es geht jedem dreckig und es ist dann halt auch, es ist wieder blöd zu sagen, aber es ist auch schön zu sehen, dass es den anderen auch dreckig geht und mir ging's halt in dem Moment nicht so dreckig wie denen, es ging dann schon im Beaufort los, wo halt die Hitze kam äh, und dann überholst du halt so ein Tor voll Kastanier, ja, so eine Ultralauf-Legende ist halt auch ganz nett, so als Jungspund da vorbei, ja, und dann ist halt Adrenalin da, ja, und dann war ich in Bellevue oben, hatte noch einen Downhill nach Lesouches, dann hab ich dann noch zwei französische Trailrunner überholt, die, wo ich gedacht hab, wie sind Läufer, waren sie nicht, aber ich war da halt so, voll noch irgendwie komplett leer, aber das Adrenalin drückt dann halt noch, Koffein ist halt alles dabei, äh, und dann hab ich die noch abgezogen, so ein paar Amateure im Downhill, ist ja ganz lustig, jetzt kam nochmal der Zug, Genau. Und wie war dann, wie war dann, ja, das Finish, der Zieleinlauf? Ja, also dann bist du erst in Lesouches und dann hast du nochmal sieben Kilometer flach, flach, leicht bergauf und das tat halt sowas von weh, oh, das war, das war schlimmer als jeder tausender Anstieg, also das, dann, es ging dann, also der Kopf hat mitgemacht, du wusstest, ich bin nicht gleich im Ziel, hast du ein bisschen Paranoia, ist jetzt hinter mir noch einer, suchst halt die Stirnlampen noch, ähm, aber dann wusste ich so, okay, ein, zwei Minuten hab ich, sechs, sieben Kilometer noch, ja, mehr als 15 Sekunden auf den Kilometer, verlierst du jetzt auch nicht und dann, ja, ich hab halt Zeit gut gemacht noch, dann läufst halt in Charmonie ein, im Viererschnitt, ist halt schon geil, mitten in der Nacht, alle warten auf dich, äh, das war schon cool, aber, ja, weiß ich nicht, so, ich war, ich war voll glücklich und zufrieden, also so ein Gefühl wünscht man sich halt und da arbeitet man lang drauf hin, ähm, aber das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr auf Reunion auch, ich hatte dann wieder so einen Modus, okay, jetzt bin ich da, was ist jetzt, weil du bist halt die ganze Zeit am Laufen, okay, jetzt weiter, jetzt weiter, jetzt weiter und da, du musst erst mal deinen Kopf dazu bringen, nee, jetzt bist du da, so, klar freust du dich, geile Zeit, aber irgendwie war das noch nicht so vorbei, also das war komisch. Ja, und du bist ja eigentlich in einem anderen, komplett, wie in einem anderen Modus, andere Welt und auf einmal sind ganz viele Leute um dich rum und irgendwie laut dem Krieg und irgendwie so und dann ist es vorbei. Ja, und ich glaube, das ist zum Beispiel auch, glaube ich, schwierig, dass man danach auch nicht in so ein Loch fällt, ja, weil man hat ja irgendwie lang darauf hingearbeitet und so, man hat ja da echt viel, viel reingelegt auch und dann ist es irgendwie vorbei, also dann ist es irgendwie so, ja, und jetzt? Ja, Das dauert dann vielleicht auch noch ein paar Tage, bis das dann irgendwie alles kommt und so, aber, ja, klar, deswegen ist halt die Routine wichtig, also, vor zwei Jahren im UTMB, da war ich dann mit meinem Studium fertig, da bin ich dann wirklich in so ein Loch gefallen, weil ich dann halt auch keinen Job hatte und jetzt, okay, Montag geht wieder arbeit los, Montag wieder, 45 Stunden, Vollgas, immer Vollgas, nee, du brauchst auch deine Ruhe, so ist es nicht, aber das Wochenende war dann rum, ich hatte wieder Schlaf aufgeholt, gut gegessen, ein bisschen gechillt und dann ist die Routine wieder da und die liebe ich halt auch, also, das macht mir Spaß, gibt einem da noch Kraft und das war halt eine Abwechslung, also, du bist dann halt eine Woche lang voll in dieser Trailbubble drin, kommst dann heim und ich habe mich auch genauso gut auf daheim gefreut, ist immer schön und wenn du da so eine Leistung raushauen kannst, dann saß ich am Freitagabend auf der Couch, schaust du den UTMB-Listream an, müde Beine, es gibt nichts Schöneres, warst du dann schon wieder zu Hause, als UTMB gestartet hast? Ja, wir sind Freitagfrüh, sind wir wieder gefahren, ich habe dann OCC ja noch angeschaut, ein C-Line-Low, MCC oder M, ja MCC heißt der glaube ich, der Marathon, ja, CCC, UTMB habe ich mir dann im Stream angeschaut, wolltest du dann auch irgendwann wieder weg von da, also was? Ja, es ist so viel los und also, ich bin gern unter Leuten, aber das war mir schon echt zu viel. Hat sich das verändert zwischen 22 und 24? Fand ich nicht. Da auch schon immer viel los. Also, hat sich kaum was verändert, würde ich mal sagen. Ja, ja. Vielleicht vor zehn Jahren noch anders. Ja, kann sein, ja. Ja. Ey, Timon, noch eine andere Frage. Ihr wart letztens in Griechenland im Urlaub. Ja, auf Kreta. Genau, und ich weiß nicht, ob ich es richtig vernommen habe, aber du bist irgendwie 70 Kilometer oder wie viel? Nee, ich habe da ganz ruhig 17, 20, so lange ans habe ich gemacht. Ja, okay, dann habe ich es irgendwo oder dachte ich, du bist irgendwo immer im Kreis gelaufen. Ah, nein, das habe ich neulich, da habe ich neulich im Reel gepostet, das war noch im Februar. Ah, okay. Das war ein Sechsstundenlauf in München. Ja, okay. Das war, nee, nee, das war jetzt nicht im Urlaub, das habe ich einfach nur, das war so ein Rundenlauf. Ja, das ist noch ein anderes Robil von mir. Ja, Wie lange ist eine Runde? Naja, also ich war zweimal in Kehlheim, da habe ich auch jeweils den Lauf gewonnen und jetzt in Ottobrunn sind so sechs Stunden Läufe, gibt auch so, also Ultralaufen heißt nicht nur Trail, sondern darüber kam ich halt, 100 Kilometer, sechs Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden. Ja. Wäre auch mal cool, da irgendwie deutsche Meisterschaften zu starten, weil die Besetzung ist nicht so krass wie im Trail. Mal schauen. Und da waren es jetzt, glaube ich, 1,2 Kilometer Runden, Stadionrunden habe ich auch schon gemacht, 400 Meter. Das heißt, du hast auch mentale Stärke. Ja, also das bringt dir halt wirklich was. Ja, das glaube ich schon. Du bist über jeden Meter am Trail froh, der abwechslungsreich ist. Und wenn du da sechs Stunden mal, oder auch bei mir im Keller ist, genauso so stoisch, deine Runden wegratterst, bist du so froh, wenn du mal so einen schönen Trail hast, der Downhill ist, wo du mal einen Stein stepst, also da genießt du halt jede Sekunde auch im Training. Das ist halt so eine Abwechslung und ich weiß nicht, mir tut es halt auf dem Kopf auch einfach richtig gut. Also ich mag auch dieses Stoische, vor sich hin, sechs Stunden, nichts denken, keine Ahnung, ich kriege es irgendwie hin, aber macht mir auch Spaß. Ja, ist ja cool. Wie hast du vorhin gesagt, wenn dir was Spaß macht, dann hast du ja auch noch was machen. Ja, 3A sind schon auch schöner. Aber die Mischung macht, das ist glaube ich dann das Entscheidende. Also ich glaube für die mentale Stärke ist es ein gutes Training, aber es müssen jetzt nicht drei im Jahr sein, dann kriegst du lieber wohin und läufst in Transkantung an Aria, hast du ja auch schon gemacht, so Zeug. Machst lieber sowas. Steht der bei dir auch noch auf der Liste? Nächstes Jahr wird es glaube ich schwierig, der ist recht früh. Ist es im Februar, oder? Ja, ist immer 20. Februar rum oder irgendwie sowas. Wäre cool. Ich glaube nächstes Jahr wird es jetzt nichts, weil ich muss halt echt noch ein bisschen Leistung aufbauen. Nächstes Jahr ist der Plan. Und mal schauen. Aber ja, ich glaube der ist mir zu früh. Also ich denke, ich mache es ähnlich wie dieses Jahr. So ein bisschen Zeiten, also Wettkampfzeiten steigern, Wettkampflänge steigern, Höhenmeter steigern. Dann im Sommer ein bisschen einen raushauen wieder. Das wäre jetzt noch so meine abschließende Frage. Wenn du noch irgendwelche Themen hast, kannst du die dann auch raushauen oder können wir noch besprechen. Jetzt ist wir, ich glaube wir sehen uns schon fast gar nicht mehr. Also Sonnenuntergang. Ja, es ist jetzt schon langsam dunkel. Es ist dunkel, jetzt ist auch keiner mehr hier, aber Du wolltest doch hier eh schlafen, oder? Ja, das stimmt. Du schlafsackst schnell aus dem Bus, wenn ich mir nacheim halte. Passt schon. Aber also was denn langfristiges Ziel ist, das hatten wir ja vorhin schon besprochen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist auch für nächstes Jahr oder das ist das, wo du jetzt wo du irgendwie nochmal ein Highlight setzt oder hast du da noch gar keine genaue Planung? Ich habe mir jetzt die letzten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht, weil es der TDS halt ein Haken dran ist und auch gut war. Ich wollte eigentlich nächstes Jahr mal den Tour de Jean angreifen. Das ist halt dieser 330er, ne? Katharina Hartmut dieses Jahr, schön. Genau, also es ist halt auch super inspirierend. Bin gerade noch so ein bisschen am überlegen, ob es vielleicht nicht noch zufrieden ist, weil ich gerade einfach so zufrieden bin, wie die Leistungskurve sich entwickelt. Aber ich will auf jeden Fall alternativ UTMB. Ich habe auch recht viele Running Stones. Ich weiß nicht, ob ich über den Index mittlerweile sogar reinkäme. Glaub fast nicht, aber ja, den mal auf Zeit oder vielleicht doch den Tour de Jean, aber vielleicht verschiebe ich den noch über nächstes Jahr. Also da möchte ich mich jetzt auch nächstes Jahr nicht zerstören, weil es ist schon, da bist du halt... Soll ich auch langfristig irgendwie nachhaltig sein. Genau, bis halt drei Tage am Ballern, wenn ich dann auf irgendwie Top Ten laufe, laufe ich vielleicht lieber in zwei, drei Jahren auf Top Fünf. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist, aber... Neben den Salti-Rennen natürlich. Neben den Salti-Rennen, klar. Ja, es gibt so viele schöne Läufe. Ich möchte halt auch nicht immer die gleichen machen zum Beispiel, aber du kannst halt auch, du kannst die mal laufen an einem Wochenende, aber dann fehlt dir deine Trainingswoche oder du läufst die halt voll auf Anschlag, auf Leistung, aber dann kannst du nur fünf, sechs Rennen machen, die jetzt nicht so super lang sind. Ja, das ist immer so ein Abwägen, schwierig. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, schauen wir mal, ich weiß noch nicht. Ja, sehr gut. Von meiner Seite wär's das, Timon. Cool. Ich fand's mega spannend, mega inspirierend und ich fänd's mega geil, wenn wir definitiv in ein paar Monaten oder so nochmal eine zweite Episode aufnehmen. Klar, voll gern. Schauen wir mal, was bis dahin läuft. Genau, deswegen fände ich es einfach so interessant. Ja. Vor allem, ich glaube auch, oder nicht, ich glaube, sondern ich finde auch, dass du echt, vor allem auch mit deinem Alter und was du schon alles geschafft hast und auch wie du die Sachen angehst, in meiner Auffassung sehr bewusst auch, glaube ich, wirklich auch an die ganzen Leute da draußen, die auch vielleicht zuhören, schon echt eine Inspiration bist. Ja, und das, glaube ich, vor allem auch mit deinem Job und allem, also das ist ja eigentlich, ist es so, die Themen, die ganz, ganz, ganz viele haben. Klar. Deswegen finde ich das mega inspirierend, wie du das auch angehst und es ist, glaube ich, auch super spannend, dir dazu zu hören. Also ich finde es zumindest super spannend und deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da nochmal eine Episode aufnehmen. Voll gerne. Dann schaffen wir es auch auf der Alm. Ah ja, ich möchte da unbedingt mal hoch. Ich war noch nie da. Ich habe immer noch Aufnahmen gesehen. Sehr cool. Ja, und dann, wobei Tegernsee war auch ein guter Ersatz heute, würde ich mal sagen. Ja, mega gut. Spontaner Ersatz. Ja. Also von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank, Timon. Danke für die Einladung. Danke für deine Zeit. Klar, gerne. Und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was noch, wir werden definitiv noch viel von dir hören und sind gespannt, was wir noch zu hören bekommen. Ja, ich hoffe mal, wir kriegen jetzt auch ein bisschen diese Jugendlichkeit in das Trailer auf dem Rhein. Ja. Also das wünschen sich halt recht viele. Ich versuche da so ein bisschen nur einen Teil beizutragen. Gut, 26 ist jetzt auch nicht mehr 18. Aber im Ultra-Trail gibt es halt, ich meine, wenn der Ludowig mit 50 da umher rennt, wieso soll man da nicht mit Anfang, Mitte 20 mit solchen? Ja. Musst du ja nicht gleich ein 100-Meiler sein, aber es wäre cool, wenn da ein bisschen die Leistungsdichte ansteigt. Ja. Auch in jungen Jahren auf langen Dingern. Aber ja, es gibt schon ein paar coole Talente da dort. Ja, es gibt immer mehr. In Oberaudorf haben wir jetzt nächste Woche auch ein Kids Run mit dabei und so. Ja, so geht es halt los. Und in zehn Jahren hast du da einen Sieger stehen. Ist halt so. Ja, voll. So muss das sein. Also nehmt eure Kids auf alle Fälle, wenn ihr bei Events seid oder so, nehmt sie generell. Nehmt sie mit raus, nehmt sie mit auf Events. Einfach die Vibes und die Leute mit aufzusaugen. Es ist einfach eine richtig coole Community auch. Und ich glaube, das hilft auch, wenn der in Anführungsstrichen Nachwuchs einfach die Vibes und so schon mit aufsaugt und schnuppert. Ja, ist total wichtig. Auch, dass der Sport wächst. Ja. Muss man ja auch sagen. Also für das, dass wir ihn so lieben. Viele Sponsoren buttern da jetzt so viel Geld rein. Ich glaube, in Deutschland ist noch viel Potenzial drin. Ja, absolut. Und ja, da geht noch was. Auf alle Fälle. In diesem Sinne, Timon, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit. Wir packen jetzt die Brotzeit ein oder essen noch ein bisschen was. Genießen noch die Dunkelheit am See. Genau. Und euch zu Hause auch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, schön sollt ihr bleiben. Servus. Vielen Dank.